So, hallo und herzlich willkommen zum kurzen Video. Ich habe heute meinen Zugang für Escape von Tarkov Arena erhalten. Dazu werden auch auf jeden Fall noch Videos folgen, wenn wir dann heute Nachmittags das erste Mal das Ganze testen werden. Ich wollte noch kurz sagen, weil viele auch Fragen aufkommen, natürlich, wie kriege ich den Zugang, was muss ich dafür machen? Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst auf jeden Fall auf diese Seite arena.tarkov.com Den Link schreibe ich auf jeden Fall in die Kommentare. Da müsst ihr euch mit eurem Escape von Tarkov Account anmelden und dann vorbestellen klicken, damit ihr überhaupt den Zugang quasi bekommt. Ihr braucht natürlich eine Escape von Tarkov EOD Version, Edge of Darkness. Und BSG sagt, okay, die ersten, die quasi die EOD Version gekauft haben, die bekommen die Zugänge zuerst. Aber da habe ich auch schon viele gehört, die quasi auch schon das noch nicht so lange haben und schon Arena Zugang bekommen. Also ich denke, das wird auch ein bisschen teils random rausgegeben. Wir haben auf jeden Fall heute die bekommen, also mein Bruder und ich. Wir haben seit Oktober 2017 auf EOD abgegradet gehabt. Nur mal so als kleine Info. Wie gesagt, meldet euch hier an, macht vorbestellen und dann kriegt ihr quasi euren Launcher. Dann könnt ihr auf EFT Arena gehen und dann hier auf Installieren gehen. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin extrem gehyped. Ich bin auch extrem skeptisch dem Modus gegenüber. Von dem her schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, was ihr euch darunter hofft oder ob ihr sagt, ein Escape von Tarkov Arena Mode passt nicht ganz so gut zusammen oder ihr sagt, okay, es passt perfekt zusammen. Ich bin auf jeden Fall mal auf Dreamhack noch gespannt, wie es da dann abgeht mit dem Ganzen und ob wir es heute Mittag überhaupt spielen können, performance-technisch und alles. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich erhoffe mir, dass es mich positiv, ja, einfach beeinflusst quasi, nicht beeinflusst, überzeugt. Aber schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu oder ob ihr es schon bekommen habt oder noch nicht. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.